Es steht immer noch 15 zu 3 für Grün-Mais Schwerin und 2,5 Minuten sind noch zu spät. Sieben Meter für Grün-Weiß, Jessica Becker wirft und sie trifft 16 zu 3 für Grün-Weiß. Und wie kreditiert ihr hält, aber trotzdem 9 Meter und gelbe Karte für Grün-Weiß. Jetzt gibt es einen Einwurf von Ecken auf. Und jetzt die letzte Minute in der ersten Halbzeit. Marie hat eine gelbe Karte bekommen. Und Wiebke Dätjen hat den Ball der Rostockerin gehalten. Zwei Minuten für Jessica. Noch 15 Sekunden bis die erste Halbzeit zu Ende ist. Und Annika hat daneben geworfen. Und der Schlussflug für die erste Halbzeit. Und das war der Amt für zur zweiten Halbzeit und Grün-Weiß im Ballbesitz. Und ein Tor von unserer Nummer 9, Anni. Und ein Gegentreffer durch die Nummer 17 vom Rostocker HC. Und ein Tor von der Rostocker HC. Und der Rostocker HC im Ballbesitz. Und die Trainerin vom Rostocker HC regt sich ganz schön auf heute. Und super gehalten von Wiebke Dätjen. Doch es gibt einen 9 Meter. Ball gewinnt für den Grün-Weiß. Ja. Ball gewinnt für den Brüllen. Ein Ballgewinn für den Grün-Weiß. Und das gibt zwei Minuten für den Rostocker Hard Save. Und ein Fehlwurf von Anis. Und ein Tor für den Rostocker Hard Save durch die Nummer zwei. Und ein Tor für den Rostocker Hard Save.